Die Männer sind das Maul und das Witz. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So schön geht's. Nur drei Hände, jetzt Ausgleich 3-3, der Torschütze für den HSV mit der Nummer 11, Steve Saalrecht. Vielen Dank. 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 Und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Applaus 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 Ausgleich 9 zu 9 Strafzeit in Nürnberg. 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 Applaus Juhu, Juhu! Kommt, hopper an er geht! Kommt, hopper an er geht! Juhu, Juhu! Juhu, 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 Juhu! Herzlichen Glückwunsch zum Präsidium. So, wir tun uns zur Präsidium. Sie bist mit Hoffnung. Wir legen auch mit Hüseyin. Sie sind in der Nr. Die Röderk included mit Hüseyin. Sie sind in der Nr. Applaus Applaus